Heute ist Aschermittwoch. Die Rheinländer singen zwar an Karneval, am Aschermittwoch ist alles vorbei, aber eigentlich fängt am Aschermittwoch erst alles so richtig an. 40 Tage Fastenzeit, 40 Tage Vorbereitung auf das Osterfest. Eine besondere Zeit, eine Zeit, in der wir neu entdecken können, wie unser Verhältnis zu Gott ist, aber auch wie unser Verhältnis zu den Mitmenschen ist. Insofern eine spannende Zeit, auf die ich mich freue.